gehen wir wieder in die verkaufsrunde also wenn wir jetzt nicht gut kohle machen weiß ich aber auch nicht bevor der erste kommt gehen wir kurz noch mal hier die e-mails erinnerst du dich an mary diese guru lady nach ihrem verschwinden stand ihr haus jahrelang leer jetzt gehört das mikro wenn du dieses sonderevent gewinnst verkaufst du mir dann diese alte uhr natürlich nur wenn du sie findest danke ja kauf dir einen dietrich ich meine nur große bär jawohl nehme ich diesen auftrag an dürfen wir wieder so moment kaufen uns natürlich gleich durch wenn das für uns geraten wird dort müssen wir noch den alten schund hier loskriegen ja ein schöner presspott ja kaum mit so bei dir für 330 ja komm ja das teil mit also läuft der lachs so muss das noch mal was schnell trinken wir wollen die nächsten kunden kommen sollen vielleicht auch mal die kehrmann machen kohlensäure da sie interessieren sich dann für den alten pavel ja 413 ein kunstkenner natürlich nehmen sie es mit bitteschön so die nächsten kunden ja da können wir noch mal locker 400 euro machen dollar so kommt kommt kauft 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 so was wollen sie dann hast du ein paar besondere gegenstelle da mehr als genug guck hier die grinse katze nimm mit kost für dich auch nur 100 euro dollar was denkst du denn auch halt auf dein maul ohne scheiß du gehst mir auf den sack mein freund du willst den guten helm ja damit kann man menschen auslöschen aber du solltest aber auch dafür ein bisschen mehr bezahlen naja komm nimm mit hätte besser laufen können aber ich bin mal gespannt wer wer das ding kräft hier aber mein freund der hühne 160 ja ein bisschen bräuchte ich noch mehr ja komm 286 komm kriegst du das komm nimm mit mein großer freund für 16 dollar du siehst mehr aus als ob du es nötig hast da geht doch bestimmt ich habe keine zeit dafür geweck wir haben kriegen noch ein notgeil rein das ist das alte ding hier dass du alle durchgesteuerte ding kauft noch was zum hinstellen nein das ist der letzte rest vom schürze fest ja komm hier ne ymca und so komm ach komm achte dollar nimm mit das ding ja du freust dich das durchgenudelte ding im wahrsten des wortes könnte man ja auch mal die schauen ein bisschen schöner machen und die alle lady mit dem schaukelstuhl 64 kommen ein bisschen mehr bräuchte ich ja da kommt dafür dass mit neufel glatt 70 so ist doch supi so wer kommen die nix kunden kommen ein bisschen arg langsam ne so zieht sie das doch schon ganz schön so was wollen sie denn bitte den schlauen fuchs ja sie sind ein schlauer fuchs geben wir gleich 11 dollar mehr nehmen sie es doch mit nö 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 n kann man da durchgucken komplett durchgucken ist ja crazy bis jetzt gefällt mir aber auch noch so wirklich nix wirklich hier los einfach ein gepflegter boden wäre ganz cool ich muss sagen dafür ist mir das geld eigentlich im moment echt noch zu schade weil wir müssen jetzt sowieso noch auf versteigerung gehen so wie ich das jetzt gelesen habe 2500 plus da brauchen wir doch ein bisschen geld das wird teuer glaube ich die ersteigerung ganz gegenstelle schnell aufheben wo wir es aus ja was bringt sich schnell aufheben kann soll ich jetzt die hütte kaufen tante marys miko besondere veranstaltung aber da jetzt wirklich das olle ding kaufen das ding gehört mir ja nix gibt's neunfünfzig meins ruhe orschloch zwölffuzig meins es bietet keine mehr das kann mir neunfzig meins komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon wölf und jetzt hör aber jetzt auch auf auf mich hoch zu bieten alle schnauze meins wenn ich da bin kriegt keiner irgendwas außer ich so alles meins alles meins warte habe ich das ganze viertel jetzt gekauft habe ich jetzt really das ganze viertel gekauft und der hier es gibt nur roof chickens keine roof dudes mensch so wollen wir doch die erste putze mal leer schön wieder die pfand mitnehmen morgen nehmen wir auch noch mit dann kriegen wir auch noch los mit der heizung die sind noch an die wand gemalt kriegen wir nicht los mei was bist du denn für ein schweinchen ich habe schon gedacht es wäre was anderes aber es ist eine rakete ok da ist nichts und ich höre doch schon wieder das goldene klopapier erstmal alles auf die straße was wir verkaufen können so küche ist ausgeräumt machen wir mal die lampe an leben unter schweinen ja so wie die bude aussieht glaube ich das aber auch auf anhieb dass man das hier gebrauchen konnte das ist doch mal ein heißes bild das poster lassen sich auch sammeln da wollte ich ja auch aber irgendwie ok ein bisschen Müll noch ein bisschen Pfand der olle spiegel brauchen wir auch nicht was wird mit der bude eigentlich dann gemacht einfach abgerissen am besten neu gebaut weil renovieren lohnt sich eigentlich nicht mehr bei dem ding so war es kein schlitter ich habe keine ahnung wie ich das jetzt geknackt habe aber ging gut wow dieser wagen hat einen äußersten aufruhigen und leistend zwölfzylinder v-motor ein klassisches fahrzeug mit solider sodorec äh sedorex karosserie ja wie geil ist das denn ja wie geil ist das denn der rote zyklon der rote zyklon ist die america dyson version richtig schicker oldtimer alter der rote zyklon der rote zyklon ich hoffe ich kriege die kohle wieder komplett raus ich habe dafür zweieinhalb tausend euro hingelegt dollar so ein bisschen müll den müll tun wir auch noch weg ein altes gramophon hey nicht auf die letzten paar metern hier kaputt gehen hey hört doch hört doch auf mit willst du mich verarschen bis einer weint so hey hey teilweise das zeug rauszubekommen schwieriger als das verkaufen dann so was haben wir sonst noch hier noch ein müll hier im großen regal ist nichts mehr da haben wir noch ein bisschen müll zu verkaufen da ist nichts mehr drin alles ausgeräumt und das ding kommt dann auch mit da haben wir den schlüssel noch nicht so was haben wir denn hier cooles graffiti crash collector so dann den müll das ist mal ein cooles graffiti alter richtig schnieke heiße sind auch noch wie neu klein mitnehmen verkaufen grabenthron warte mal gab es da nicht mehr irgendeine story war das nicht so ein stuhl wenn man sich drauf setzt ist man dann gestorben der sieht fast so ähnlich aus ne also jetzt vom realen her wird sich auch irgendwie so ein stuhl der so ungefähr so aussieht und dann ja das lockpicking ist aber ein bisschen lame ne einfach ein bisschen vor und zurück mario is a charismatic kult leader war ein kult hier ist ja kultig echt jetzt ich kann dann so einen blöden alten pc zusammenbasteln ja den monitor haben wir ja schon lemon white tatsächlich wir können diesen bauen wir so einen alten rechner verschärben den anderen mal für gut geld zusammengestaubte ding so sau der ding oh god wie soll ich denn das rauskriegen oh ging doch relativ fix ne so haben wir bald hier alles leer geräumt hier aber ich höre irgendwo die goldene klorolle wieder ne da ist nichts drin da ist auch nichts drin da ist auch nichts so ist doch schon fast wieder sauber hier oh cool die hundin luna oh ein korgi da wird jetzt auch nochmal dick für 90 dollar redneck was rednecks hängen sich gerne Korgi sind. Ich habe gedacht, die hätten keinen Geschmack. So. Da habe ich alles leer geräumt. Aber ich komme halt immer noch nicht durch die Tür. Ja, okay. Ist eigentlich nur der Garten, ne? Da komme ich so nicht durch den Garten. Also zum Garten. Nö. Also das heißt, ich muss noch irgendwo in den alten Butzen hier. Achso. Ich habe gedacht, ich habe die alle gekauft. Marry, mein Mädchen. Ich vermisse dich. What? Komm ich da rein? Nö. Ich darf überall den Müll wegmachen und alles, aber ich kapiere jetzt gerade irgendwie nicht, was ich alles ersteigert habe. Oder spiele ich jetzt gerade einfach nur hier den Müllmann für das Viertel? Naja, wenn es halt so ist, naja, mache ich halt den Müllmann. Nur Mülltonen müssen sie sich neu kaufen. Die nehme ich auch mit. So, hier haben sie Pfand. Was ist denn Pfand liegen? Mensch. Gibt Judas Geld? So, da haben wir das auch. Da kommen wir auch noch sauber. Gibt da wieder gut Geld. Teller können wir auch noch verkaufen. Da kommen wir nicht rein. Ah, ich komme doch bestimmt da aus dem Fenster irgendwie, ne? So, jetzt haben wir hier außen alles abgeräumt. Irgendwo da drin muss noch der Schlüssel rumdümpeln. Aber wo? Oh. Good. All right. Ja. Okay. Hmm. Irgendwie so plump wie es ist, catcht mich das irgendwie, wenn er so hinkniet, dass er da ab und zu mal einen stehen lässt. Irgendwie finde ich es trotzdem lustig. Du hast keinen Schlüssel. Ich will nicht, dass ich den Schlüssel nicht habe. Warum habe ich diesen verdammten Schlüssel nicht? Da hing doch irgendwas. Das ist ein niedriger Preis. Kurz vor der Almhütte. Das ist ein niedriger Preis. Sogar oben auf der Rüffel. Das ist ein niedriger Preis. Das ist ein niedriger Preis. Hamazum. Niedrige Preise. Wann uns? Auch nicht. Da ist es auf jeden Fall nicht. Da draußen ist noch ein Haufen Zeug. Wo soll dieser blöde Schlüssel sein? Gottverdammt. Das ist so schlimm. Kann doch nicht sein. Wo ist denn dieser blöde verkackte Dreckskack Schlüssel? Driller-Dyton rein, Mann. Da sag ich erstmal den Scheiß weg. Gottverdammt. Das ist auch nix. Aber muss der Schlüssel eigentlich jetzt in der Wohnung sein? Ja, oder? Oder wisst ihr irgendwas? Wieso alle ist tot? Wo sind denn alle? Da sind lauter wertvolle Sachen drin. Alles meins. Nein, eben nicht. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Wieviel ness. ich brauche einen scheiß schlüssel das fand er mehr im studien modus kann ich das auch dann genauer drehen dass ich mich halt immer direkt hinten dran stellen muss wie komme ich zum f dahin so ein dachboden dachboden könnte ich noch mal gucken ob ich da irgendwie noch eine sonder so eine fall leiter irgendwie ziehen kann oder sowas da gucke ich jetzt sofort wäre auf jeden fall eine idee ne da ist keine da ist aber auch nix verdammt soll ich da nicht die bretter irgendwie raushauen können dass ich da aufs dach kommt ja alle kniffte extenix 9 mm ich glaube nicht dass das richtige 9 mm ist als bach uhr geil knarre muss ja noch mit schwarz pulver laden jetzt gehe jetzt kommt das dicke mani da sehe ich schon komm ich von hinten da irgendwie noch mal hoch ah das ist noch eine stufe jüngere waschmaschine für die die wir schon gefunden hatten aber da gibt es doch noch zimmer da oben da oben da oben wenn das jetzt wirklich geht alles andere kann er fünf zentimeter weiter schmeißen so ein betonstein alter heuer da bist ins nirvana oh 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 boy Oh boy Haben wir nochmal was richtig schickes gefunden Ah, da ist die Uhr Das hält die aus, die ist antik Aber wir haben wieder keine Klorolle gefunden Darf noch nicht wahr sein Nicht wahr, da ist die Uhr Where did she go? Mysterious Disappearance of a cult leader. Okay. Ich muss nochmal hochgehen, weil ich glaube, oben war noch was, was dieses Ding gemacht hat. Da können wir noch mal buddeln. Tun wir auch dann gleich, aber nur noch schnell noch mal gucken, hier oben. Die ist da hinten dran, aber wie komme ich da hin? Hmm. Who the fuck I get in with a really good English in my head? Hä? Ah, da, 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 da. Gibt's doch nicht. Irgendwie muss ich doch da an diese goldene Scheißhausrolle kommen. Wieso kann ich dich jetzt nicht drehen? Gibt's nix verarschen? Gibt's nix verarschen? Geht doch. Da hinten rein will ich. Da. Aber wie? Gibt's den Scheiß nicht kaputt klopfen dürfen? Ich bin verarschen, aber nix. Hm. Gibt's da noch irgendwas? Gibt's da noch irgendwas? Was ich übersehen hab? Nö. Nö. Da geht auch nix. Wie zum Fick komm ich da hoch? Nö. Nö. Wie zum Fick komm ich da hoch? Hier in der Ecke ist es. Ich glaub da hätt ich nicht alles kaputt machen dürfen, ne? Dass ich da dann hochgeklettert wär. Ja. 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 Ich glaub das hätt ich nicht alles kaputt hauen dürfen. Shit. Die Uhr mach ich jetzt letztes. So. Da will ich rein, Mann. Wieso gibt's dafür keine beschissene Tür? Ärgerlich. Ist halt echt ärgerlich. Nimm den alten Rechner noch. CD-ROM. Und das Kette. Was soll denn da die haben wir als Kind, Alter? Schön noch nen fetten Monitor. Alles in schwarz-grün. Das lief da gar nicht so ein IBM-Programm drauf. So, come on, come on, come on, come on, come on. Nur die Laufwege. Warum kann ich mich nicht direkt da vorstellen? Ich will die Sache so einiges einfacher machen. So. Ja, aber das kann ich vergessen. Da komme ich nicht mehr hoch irgendwie. Eine Tür kann ich ja auch nicht übersehen haben. Das ist ja auch Quatsch. Ich komme halt da nicht hoch. So was ist... Doch, es nervt mich ein bisschen. Eigentlich will ich schon alles komplett abschließen. Aber es ist bald blöd, wenn du alles zerklopft hast und dann nicht mehr geht. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, dass ich das... Über den Weg gibt, den du eigentlich gehen kannst, den ich nicht begreife. Beziehungsweise nicht entdecke. Mach oben auf. Schnell. Spring hoch. Mach auf. Los. Oder ich... Fang an, Schwarzpulver nachzuladen. Kaufe mir doch keiner ab mit dem Ding. Ich muss nochmal gucken. Irgendwie muss man doch da reinkommen. Hm? Okay. Okay. Haha. Alter, Digga, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, wo Kabel? Moment. Habe ich das Ding hier gesehen? Okay. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt in dem Spiel. Das war verdammt gut versteckt. Bäume, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da irgendwie ein versteckter Schalter oder sowas gibt. Krass. Bim, 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 bim. Somit haben wir alles. Jetzt schauen wir mal noch, schön den Oldtimer aufladen und weiter geht's. Schön alles gefunden. Hmm. Das war's.